Untertitelung des ZDF für funk, 2017 was sich früher angerichtet hat. Aber wir glauben, wir stehen heute gerade hier, weil wir etwas daraus gelernt haben, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was wir in der Vergangenheit in der Welt angerichtet haben und weil wir glauben, dass wir hier eine Verantwortung aufnehmen müssen, die daraus entstanden ist. Ich werde meine Rede in drei Teilen gliedern. Zuerst möchte ich darüber sprechen, wie entstehen fake states mit der exakten Verbindung zu dem Kolonialismus, zu der Kolonialisierung bestimmter Gebiete durch europäische westliche Staaten in dem Fall. Ich möchte dann darüber reden, nach einer Tunzenpeer, wie entsteht eigentlich Verantwortung und warum haben wir hier den Fall, dass eine Verantwortung zwischen genau diesen Staaten tatsächlich entstanden ist, der wir gerecht werden müssen. Und dann drittens dazu, was für eine Kolonialisierung in diesem Fall, was wir damit meinen, was wir hier machen werden. Also, worüber reden wir? Wir reden da über Gebiete, in die europäische westliche Staaten gegangen sind, die von ihnen unterteilt wurden, um auszuwäufen, um einen wirtschaftlichen Nutzen daraus zu schlagen, dass diese Gebiete Rohstoffe haben, dass wir uns daraus industrialisieren können, dass wir daraus Arbeitskraft schaffen können. Das bedeutet, und so komme ich mit in den Mechanismus hinein, den ich heute erklären möchte und euch nahelegen möchte, dass Fade States tatsächlich aufgrund dieser Kolonialisierung entstanden sind. Und zwar wurden dort Strukturen aufgebaut. Ja, das stimmt. Diese Strukturen waren allerdings einzig und allein darauf ausgerichtet, wirtschaftlich auszubeuten. Das heißt, dort sind Staaten darauf entstanden, damit ausgerichtet zu sein, einen wirtschaftlichen Nutzen für einen anderen Staat, für eine andere Bevölkerung zu schlagen. Das bedeutet, wir haben Grenzen gezogen und das gesamte Fundament dieser Staaten baut einzig und allein auf diese Ausbeutung auf und einzig und allein aus quasi der Entscheidung von außen, wo Grenzen gezogen werden. Das führt jetzt zu verschiedenen Problemen. Das führt zum einen zu dem Problem, dass wir oftmals sehen, dass hier Bevölkerungsgruppen zusammengemischt wurden innerhalb von einem Staatsgebiet, ohne eine Entwicklung durchlaufen zu haben, wie wir sie in Europa beispielsweise gesehen haben, als sich Nationalstaaten entwickelt haben. Das macht den Punkt aus, dass wir oftmals hier innerstaatliche Probleme zwischen verschiedenen Völkergruppen haben, die wir tatsächlich mit zu verantworten haben durch diese Grenzeziehung. Aber was macht ein Staat noch aus außer Grenzen? Das sind Strukturen. Das sind Sicherheitsstrukturen, das sind zivile Strukturen, Öffentlichkeitsstrukturen, auf denen das gesamte Staat eben aufgebaut ist. Jetzt muss sich so etwas von selber entwickeln, das wurde allerdings einzig und allein von den westlichen Staaten angelegt, wenn ich gleich fertig bin, könnt ihr was sagen, angelegt in dem Fall, um hier eine Ausbeutung zu schaffen. Das heißt, wir stehen heute vor, und das ist uns hier sehr wichtig, wir sagen, der Rückzug damals war das Richtige zu tun. Der Rückzug war moralisch der richtige Schritt, der Rückzug wurde aber nicht richtig angegangen. Der Rückzug ist deshalb gescheitert, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Im Lichte unserer Geschichte, und das zeigt, dass wir hier eigentlich gelernt haben, im Lichte des Zweiten Weltkriegs ist Europa, sind die westlichen Staaten sich bewusst geworden, wie unglaublich schmerzhaft, wie unglaublich zerstörerisch es sein kann, wenn wir sagen, wir dominieren bestimmte Völkergruppen, wir dominieren eine andere Art von Mensch. Und wir haben daraus gelernt, das stimmt, wir haben Werte daraus geschöpft, die heutzutage den moralischen Universalismus der Menschenrechte aufbauen und aufrechterhalten, wenn auch noch nicht genug in vielen Fällen. Was wir aber gemacht haben, ist, daraus einen falschen Schluss zu ziehen, nämlich den Schluss, dass es richtig ist, Ausbeutung sofort zu stoppen, ohne eine Entwicklung in Richtung des Endes dieser Ausbeutung durchzugehen, und die Staaten dabei zu begleiten. Und wie wir eben erklärt haben, sind alle Strukturen auf der Ausbeutung angelegt gewesen. Das heißt, wenn ich die Ausbeutung sofort beende, ohne eine Entwicklung mitzumachen mit diesem Staat, nehme ich ihnen jegliche Struktur, auf die er aufgebaut ist. Und damit haben wir Fade States, meine Damen und Herren, und damit haben wir eine Verantwortung, worauf ich gleich eingehen werde, zuerst nämlich eröffnet. Re-Kolonialisierung bedeutet immer die Übernahme von Judikative, Legislative und Exekutive. Warum reicht es nicht, zum Beispiel durch militärische Präsenz, Wahlen zu unterstützen und Strukturen selbst aufbauen zu lassen? Das war einfach auch mein dritten Punkt, wie ich ihn angekündigt habe, weil ich da erklären muss mit Re-Kolonialisierung. Vielleicht wisst ihr, dass Kolonialisierung keinen gleichen Stil hatte, deshalb hat man hier nicht recht. Es muss nicht immer die Übernahme all dieser verschiedenen Parts sein, und man kann es unterschiedlich gestalten, und dazu kommt nicht gleich. Zuerst zu meinem zweiten Punkt, Verantwortung. Wie wird Verantwortung eigentlich entwickelt? Aber eine rein prinzipiell hingegen drei Punkte dazu. Zum einen, wir sehen ein Problem im Status quo, und wir sagen, wir tragen mit Schuld daran. Jetzt im Speziellen auf dem Fall dieser Morschen. Wir haben Grenzen gezogen in ein Gebiet, wir haben ein Gebiet unterteilt unter uns für unseren Profit, und haben damit dazu geführt, dass, wie ich eben gesagt habe, Bevölkerungsbuchen zusammengesteckt werden, die sich jetzt bekämpfen, weil sie zum Beispiel auch gegeneinander aufgehetzt wurden, weil die Hierarchien in Länder gebracht haben, die so sich nicht entwickelt haben, die jetzt zu unglaublichem Leid gefühlt haben in vielen Stellen. Sie ruhen da. Wir haben ausgebeutet, das bedeutet, wir haben sie wirtschaftlich geschwächt und uns dafür wirtschaftlich genutzt. Das heißt, das Problem, das sie jetzt wirtschaftlich sehr weit zurückgeworfen, immer noch sind, das ist tatsächlich unsere Schuld, das ist ein direkter Zusammenhang. Führt mich sofort zu einem zweiten Punkt, wie ihr Verantwortung entsteht. Nämlich der, dass man sagt, man hat nicht nur die Schuld an dem Problem, sondern man hat auch noch Profit aus diesem Problem geschlagen. Man hat einen Profit aus dem Leid, der bestimmte dieses anderen Landes. Sollten wir eine Regierung regieren? Zwei, dritter Punkt, der Profit bringt uns, das ist hier sehr wichtig bei diesem Mechanismus, in eine Situation überhaupt diese Hilfe leisten zu können. Das bedeutet, wir sind in der Lage, diese Hilfe zu leisten. Wir haben diese Verantwortung aus der Schuld heraus. Der Profit, den wir daraus geschlagen haben, bringt uns in diese Lage. Deshalb sehen wir hier die Verantwortung. Wie gestalten wir die Kolonialisierung? Wir sehen hier zwei Gefahren, die uns wahrscheinlich die Opposition in die Ohren holen möchte. Einmal Gefahr der weiteren Ausbeutung. Da sagen wir, wir werden uns im Regularen bemühen, dass es klar ist, dass es einen speziellen Zeitplan gibt, wann wir wieder raus wollen, dass es einen Backup-Zeitplan gibt, wenn wir schauen, dass es hier rein um Unterstützung geht und nicht um unseren wirtschaftlichen Vorteil. Der zweite Punkt, die zweite Gefahr, dass man weiter Abhängigkeit schafft. Wir sagen, hier gibt es verschiedene Mittel und Wege, die wurden sogar schon in der Kolonialzeit gemacht, dass man Parallelstrukturen auch, dass man eigentlich nur den Aufbau von Strukturen dort begleitend unterstützt. Wir können hier aus Geschichte lernen, die zu erschrecken ist, wir können aus der Kolonialzeit zum Teil die positiven Dinge mitnehmen, die dort bei dem Aufbau von Strukturen gemacht wurden und auch in unserer Runde als Weltpolizei, die wir oftmals so gern spielen. Daraus können wir Positives schöpfen, auch wenn es negativ war. Wir sagen, nehmt die Verantwortung auf, die es auch nicht langt, lernet aus der Geschichte und deshalb für diesen Antrag. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.